Grün Charmin 2020, die Konfi Productions Titus, du wolltest ne Quali, du bekommst sie auch, du bekommst sie Aber so eine Quali, so eine Quali, hast du nie gesehen Ja vor Runde 1 und ich muss gegen Titus Und nach dieser Runde ist ein Punktestand der schnelle Minus Wie gewohnt, ich fang mit Hexen zwei Tage nach der Füße an Ich hab mal gelesen, dieser T-Dude kommt sehr gut bei den Kids an Denn hier hat wirklich jeder mit der Autorität Probleme Und im Leben, kaum Respekt von den Regeln Titus, 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 gib mal Statement ab Wo ist die Puppe, die man nicht mehr gesehen hat, zwei nur, nur eins Gib mal Statement ab, ich mach mir schon Sorgen, mach Infovideo Ist sich schon gestorben und echt man, wo bleibt Rack1? Er war von euch beiden, doch der Rapper Er hat gerappt ins Mic Und du hattest die Puppe dabei Lyrisch gesehen, bleibst du nur ein Trottel Denn du spittest Kämpfen auf, Almosen erhoffen So verliert man auch zu Recht gegen den Enem Und mit den Namen, kannst du dir das bitte erklären? Wenn du die Todsunde wählst, warum dann die Faulheit? Titus Sprite, wär als Name so nice Auf deinem Kanal hab ich also vorgefunden In deiner Freizeit kreierst du Playlisten von Vorrunden? Junge, das ist Briefwolle Shit Grinch Charming am Mic, bringt dir neue Hits 47 Chromosome, passen zu meiner Ölke Ratatatata, Versager, Versager Du bist ein Country-Fan seit Tag 510 Warum ich hochgeladen wurde, wirst du nie verstehen Und dass ich ne Quali einreiche, du kannst nur von Glück reden Denn ich rapp heute, 21, 15 Ja, Freestyle Ja, Star Cringe, äh, Cringe Charming, Cringe Charming Ich weiß nicht, wer der Star ist, aber ich bin Cringe Charming Und ich bin Star Ja, Time Ja, Time